Noch Einen für Gold, Preiser, Preiser, ich sehe Let's go, let's fucking go, let's fucking go, da ist doch die Goldtarnung, Digga, ja mann, vierte Waffe, Digga, Baba Jindo Badek meine Freunde, was geht ab, willkommen wieder zu einem neuen YouTube Video, das Video wird total insane, das wird ganz krank Und zwar habe ich die vierte Waffe, jetzt Gold, das ist die Bullfrog Und wie immer, stelle ich euch jetzt ein paar Highlights vor Und am Ende ein krasses Attack Viel Spaß mit dem Video, lasst ein Abo da, lasst ein Like da Und rein da Hörst du Musik, ne? Ich höre noch Musik Von Jinso, cool Oh, ich geh so ab mit der Rack-Guy, Junge, wir wissen gar nicht was abgegeben, Mensch, wirst du? Wir wissen gar nicht was abgegeben Meine teammates wissen nicht was abgegeben, aber meine teammates sind die Abflüten, bocht, alter Die Fick mich, ey, ich geh so ein paar Meter hin, wir sehen gar nicht, das wird schneller Ja, ne, ne, ne Ja, ne Na, ne, ne Ja, ne Ne Geht Na, ne Ne Ich würde sagen, ich habe Abschuss-Camp, weil ich echt abgegangen bin. Das war frech, ne? Das war richtig frech für den nahen Abschuss. Das war frech, Alter. Oh mein Gott. Alter, ist er umgefallen. Bello. Das ist das erste Mal auf Luft, ne? Digga, die Waffelplätze zu krank. Die Waffelplätze zu krank. Die Waffelplätze zu krank. Das war richtig krass. Ich sitze die ganze Zeit am Fenstern. Dann komm ich mir auf der anderen Seite. Ich bewege mich einmal. Fünf Leute am Fenster. Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, jetzt stelle ich euch mal das Klassen-Setup der Bullfrog vor. Starten wir rein. So, die Bullfrog. Level Max habe ich sie auf jeden Fall. Hier machen wir erstmal die Gold-Tarnung rein für den Flex. Wartet, wartet, wartet. Muss einfach jetzt einmal sein im Video. Zack! Gold drinnen. So, ich spiele die so. Das Visier zocke ich das Microflex-LED-Visier. Wobei, das ist ja Geschmackssache. Das Visier könnt ihr selber aussuchen. Das ist, glaube ich, unwichtig. Danach zocke ich den Lauf. Äh, die Mündung. Entschuldigung. Die Mündung KGB-Eliminator. Weil die Mündungsfeuerabschirmung ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und die vertikale Rückstoßkontrolle, damit die Waffe im Schießen nicht hoch und runter geht. Weiter geht's. Im Lauf zocke ich den Sonderkommandolauf. Alleine wegen mehr Schaden und effektive Schadenreichweite. Äh, wenn eine Waffe mehr Schaden macht, dann werden die Gegner einfach schneller geplättet. Die Time-to-Kill ist dann einfach weniger. Kollektivbeschleunigung auch. Die Schütze kommen ja an, babam, wird reingeschallert. Im Körper zocke ich den Tiger-Team-Scheinwerfer. Wobei, ähm, gefühlt mit jeder Waffe zocke ich den. Weil es ist einfach ein Hack-Aufsatz, ja. Ähm, die Punkte werden über dem Kopf angezeigt. Und dadurch seht ihr einfach schneller den Gegner. Das Ding ist manchmal, die hängen irgendwo im Busch. Auf einmal, zack, Punkt über ihn. Denkst du, Junge, wow, Wall-Hack oder was? Auf jeden Fall diesen, äh, Aufsatz hier bei Körper. Unterlauf zocke ich den Patrouillengriff. Wegen Bewegungstempo beim Sprinten. Da muss ich aber sagen, finde ich noch keinen Griff ganz geil. Vielleicht würde ich hier den nehmen, aber Bewegungstempo bei Feuer minus, hm. Ähm, also ich zocke einfach den Patrouillengriff. Magazin zocke ich, ähm, Vandale-Schnelllader. Weil das Nachladentempo schneller ist. Und die maximale Anfangsmunition. Die maximale Anfangsmunition ist, finde ich auch mega nice. Weil du startest einfach direkt mit mehr Muni, ja. Handgriff. Kommen wir zum Handgriff. Äh, da zocke ich den Gro-Elastik-Umwicklung-Handgriff. Ähm, warum? Zuckungsresistenz plus 90%. Das heißt, wenn man angeschossen wird, zuckt man nicht so doll. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist das. Auf jeden Fall ganz krass. Geht richtig ab. Und den Schaft. Den Schatz. Äh, den Schatz. Ja, moin. Den Schatz, weißt du? Den Schatz machst du hinten eine Waffe rein? Äh, den Schaft zocke ich. Den Spesnas PKM Schaft. Und ja, das sind die Aufsätze, die ich zocke. Hier, ich zocke mit einem Knife. Das ist halt, könnt ihr Pistol zocken, was auch immer. Secondaries euch überlassen. Stimulanz. Wenn ich angeschossen werde, haue ich mir direkt die Spritze rein, damit ich wieder voll live bin. C4. Das ist natürlich eklig wie ich spiele. Da auch, könnt ihr euch selbst auch suchen. Macht keinen Unterschied. Ich zocke halt gerne C4 so. Wenn mich jemand abfuckt, C4 direkt in die Fresse rein. Dann das Richtmikrofon, weil das ist für mich das MB3 tragbare Radar. Das ist einfach nur OP. Das ist auch eigentlich das tragbare Radar, außer dass man es nicht werfen kann. Und ja, extra 1 Taktikmaske. Weil zur Zeit spiele ich halt Nuketown. Da fliegen die Flashes ein nach der anderen. Dann Plünderer, damit man auf Streaks ballern kann. Und natürlich Gang Hu. So. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Wie immer. Kuss an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie ihr wisst. Jeden Tag. Ne. Bullshit. Jeden zweiten Tag ein neues Video. Haut rein. Jeden Tag. Ich bin jetzt langer Zeit. Ich bin jetzt langer Zeit. Ich bin jetzt langer Zeit. Vielen Dank.